... ... ... ... ... ... ... fuck kluftes hot zone, hot zone, hot zone, hot zone lass uns zusammen da ein Ding gehen rest in peace gute Nacht kluftes hot zone, hot zone, erster treffer erster treffer, jetzt schon? warum kommst du überhaupt her, wenn du so schnell aufgibst? hier ist ein Knüppel-Fank deine Flashline hier ist schwere Munition hier ist schwere Munition gracias gern geschehen hey, danke no problemo so bereit machen Squad, ich hab hier nen Bandit so, wer dazu finish dann finish ha 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 da ist man anmeing Hilfe, mich hat es erwischt aber leider bin ich schneller da den nachdenklichst kurz nachlassen Ich bin ein Bandit. Ein Gold KMP, die lässt sich Sweetie nicht entgehen. Ich bin ein Gold Kumpel. Ich bin ein Gold Kumpel. Überlebt, überlebt, überlebt. Ja, dieses Kerl-Paket sollten wir uns definitiv ansehen. Ja, verdammt. Die Hälfte der Squats ist Asche. Feuere! Ich bin ein Gold Kumpel. 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 Oh, fuck! Das sagte Tiere, ich nicht. Das akzeptiere ich nicht und deshalb werde ich gewinnen. Gegner? Ich hab hier ein paar Feinde. Feuere. Werde nach. Du hast verloren. Du solltest Gärtner werden. Sekunde, Heilung läuft. Mira, hier ist schlechte Munition. Der nächste Ring ist weit weg, Leute. Akzeptiere ich nicht und deshalb werde ich eine finden. Oder Sweetie wird für mich eine finden. Eine dieser beiden Sachen. Ja. Alter. Merkt ihr das hier, was bei der Marienlänge ist? Ist ja schon nicht mal feierlich. Setzen wir meine ultimative Fähigkeit ein, Amigos. Alter. Ja. Tja. Ja. Tja. 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 Das war der letzte, Amigos. Guter Abschuss. Der steht nicht mehr auf. Ich muss dieses Phoenix-Kit benutzen. Un momento. Heile. Noch eine Minute, Amigos. Der Ring ist gleich da. Ganz nah. Ganz nah. Alter. Warum legt er ab? Oh. Oh, die Hälfte des Spots hat den Löffel abgegeben. Das ist der Aufschwung, den ich brauche. Nicht mehr weit bis zum Ring. T-45 Sekunden. Der Ring ist um die Ecke und wir haben 30 Sekunden. Das ist der Ring. Oh. 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 gefunden und ich denn hier bevor ich irgendwas nehmen hast du den vortritt aber du hast den vortritt bevor ich irgendwas nehme auch da wir können natürlich versuchen mit zu wünschen so ist nicht ich bin Okay. Hier ist ein Evo-Sherik, Stufe 3. Mein Controller ist fast leer. Wir haben Ärger. Geh nun mit der Bara näher. Jetzt geht's los. Ihr müsst euch an mein Tempo anpassen, um es zum nächsten Energie zu schaffen. Replikator wird geliefert. Replikator nähert sich. O. Boogie, hier! Schießen auf mich! Werde beschaffen. Feuerer. Ihr könnt etwas Hilfe brauchen! Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Feierabend! Wir stoppen! Letztes Mitglied am Boden! Eins gut näher am Sieg! Erster Treffer! Es war so klar! Muss nachladen! Feierabend! Lade nach! Das war der Letzte! Gute Arbeit! Sieht aus, als wäre ich der Killspitzenreiter! Für dieses Mal! Lade nach! Lade meine Schilder auf! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Muss kurz nachladen! Der ist ausgezählt! Gar nicht schlecht! Lade nach! Puh! Der ganze Squad ist Geschichte! Coole Aktion! Lade meine Schilder auf! Bei mir hat die auch gefühlt jetzt gerade eine Hitbox für ein Streichholz! Lade nach! Lade meine Schilder! Lade meine Schilder! Eine Hälfte erledigt! Eine Hälfte übrig! 25 Sekunden! Der Ring ist nah! Hier ist eine Schlittbatterie! eine Nachschuldigung! Die Schlittenbatter sind schuldig. ...dann sie sind nach vorne. Dann siehst du den Rückgang! Ich sie kann sie nicht so schlimm! Die Schlittenbatter sind für einen Startplatter. Sie können sie nicht so schlimm. Es sind auch schon die Stecknäule! Sie passen sie zu riskieren! Dann sie brauchen sie zuerst! Sie können sie zuerst! Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Komm runter. Vielleicht haben sie sich auch einfach zu sehr mit mir aufgehalten. Lade meine Schilder. Der Paket ist nicht ausgeliefert. Achtung, der Paket kommt. Danke. Ich heile mich selbst. No problemo. Was ist das gewesen? Was war das denn jetzt bitte für eine Kacke? Hier ist eine Schildbatterie. Danke. Danke. Schon ok? Ich schieße. Lade. Auf den Plätzen fertig los. Herzlich berichtet. Stehe unter Beschuss. Ich muss nachhören. Ich wurde ausgeschaltet. Das war's. Ja, ich glaube, dass ich stillstehe. Du hast Glück, dass ich dich mache. Ich bin euer neuer Kehlspitzenreiter. Startet nach. Ich muss meine Schilder aufladen. Ich habe hier eine Anpassung. Doppelpatrone. Da ich ja keine Schrotflinte spiele oder spielen darf. Hier ist ein Friedenstifter. Nein, darf ich nicht. Chill deine Base. Komm sofort. Wo? Hier ist dein Friedenstifter. Ich hab doch schon. Ich hab doch hier schon. Ich hab doch hier schon. Das war schnell. Runde 2. Starte Ring Countdown. Ihr müsst euch an mein Tempo anpassen, um es zum nächsten Ring zu schaffen. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Achtung. Replikator ist unterwegs. Replikator. Hier ist eine Optik. Hier ist ein Scharfschützenschaft. Stufe 3. Ultimative Fähigkeit bereit. Bereit zum Abheben, Kompatis? Ja, ich kann jedenfalls nach mir zu etwas machen. Ah. Das ist wirklich ein Problem. Ich hab' den Austausch an. Ich hab' den Austausch an. Ich hab' den Austausch anwenden. Ich hab' den Austausch anwenden. Große an. Das ist es. Ich hab' den Austausch an. Die Flan. Ich hab' den Austausch anwenden. Ich hab' den Austausch anwenden. Okay. Die Gravitations-Kanone könnte uns ab einem ... ... ohne ... Feinkontakt! Schere befassen! Ich schieße! Lade nach! Ich habe den Weg! Ziemlich!